Gefällt mir. Suche den einsamen Pilz. Einsamer Pilz. Da ist er. Gewunden. Muss ich jetzt mit ihm spielen oder sowas? Ne. Wir müssen uns mit der Kanone da hinschießen. Wo ist eine Kanone, fragt ihr euch? Ein bisschen versteckt. Da unten. Da unten konntet ihr es gerade sehen. Da. Da unten. Da. Da muss ich aber erstmal aufmachen. Ich weiß zum Glück noch, wo das ist. So gut wie. Und da muss ich hoffen, dass ich den Punkt finde, wo hier der Aufwind ist. Das muss hier irgendwo sein. Ich bin mir aber nicht sicher, weil es ist sehr lange her, dass ich diese Mission gemacht habe. Okay, und die Bomber, also unser Freund, der hier alles anmacht, was nicht nid- und nagelfest ist, ist hier. Der ist so total einsam und wartet drauf, dass mal Mario vorbeikommt und ihn bittet, die Kanone aufzumachen. Echt einsame Sau, der kann einem schon leid tun. Mehr 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 mehr. Aua. Immer diese Schmerzen, dass einem alles auf dieser Welt wehtun muss. Das ist unmenschlich. Wow! Die Kugeln fallen hier runter? Was ist das denn? Okay, der Aufwind müsste irgendwo da drüben sein. Vermute ich. Aber wir wissen ja zum Glück seit dem letzten Mal, dass einmal... Ähm, ich hab ne Idee, warte. Ich mach's von hier. Ich versuch's von hier dahin zu kommen. Ja! Warte mal. Es ist ein Schild ganz einsam in der Pampa hier. Auf nem Berg. In der Krippe, wo sonst kein Schwein hingekommt. Achtung, starke Böen, aber es könnte auch eine aufregende Brise werden. Aufsteigende Brise werden. Ja, damit will man dann sagen, dass wir von hier wieder wegkommen können. Wenn wir es nicht mehr wollen. Also wenn wir hier... Wenn uns der Ort hier stinkt. Oh ja. Am besten... Ihr krabbelt wirklich... So, weil ihr seht, das wird hier wirklich schmal. Wirklich sehr, sehr schmal. Okay. Jetzt wird's lustig. Ich muss das Ding irgendwie treffen. Es zielt natürlich total für den Arsch. Am besten, ich treff den Stern genau. Zwo, eins, Risiko! Yeah! Geschafft! 107! Sehr gut! 13 left! Hell yeah! Wow! Dieses 2, 1, Risiko, das... Ist gut! Ja, ja, ja! Wenn wir schon dabei sind... Kann ich auch gleich sowas bringen. Hm. Jetzt will ich aber nochmal was... Agni hat mir mal erzählt, wie das funktionieren soll. Es soll auf jeden Fall auch nur auf der... ...unendlichen Treppe funktionieren. Aber ich will es jetzt einfach mal... Nein! Mario! Nö! Kein Bock! Man muss irgendwie direkt zurückhalten. Ich hab's nie verstanden. Regenbogenraserei oder Tic Tac Wixbuck? Scheißteil. Regenbogenraserei fehlt mir mehr. Ist aber auch schwerer. Und nerviger. Und länger. Aber... Versuchen wir's. Komm. Tic Tac Trauma haben wir nämlich schon ein bisschen was. Noch. Ich versteh's immer noch nicht. Wer hat da oben überhaupt... Wer ist auf die Idee gekommen? Was ist der Architekt von dieser Bude? Der da oben irgendwie so komische Fenster hinballert. Ich guck grad nochmal was. Ähm... Geheimsterne? Stimmt. Ich glaub, es gibt 15 Geheimsterne. 15. Das wär dann eben halt dieser eine, der uns noch fehlt. Oder zählen als Geheimstern noch die 100? Weiß ich nicht. Reise auf dem Regenbogen. Und man meinte zu mir... Ja, ich kann's abkürzen. Junge, du hast recht. Okay, danke für den Tipp. Ich hab deinen Namen vergessen. Aber wenn ich schon mal hier bin... Ja. Hier können wir nämlich die ganze Sache etwas abkürzen. Dann müssen wir nicht immer mit dem Regenbogen fahren. Finde ich richtig gut. Danke an denjenigen, der mir den Tipp gegeben hat. Äh, what the fuck? Ich dachte, da... Da... Da ist was. Äh... Habe ich das jetzt grad verwechselt? Muss ich anscheinend. Ich hab einen Fehler gemacht. Wie geht das denn? Ich kann keine Fehler machen. Doch, kann ich. Ich kann eigentlich nur Fehler machen. Wenn ich möchte, kann ich auch den ganzen Tag... Ach, von da oben aus. Gut zu wissen. Tut zwar ein bisschen weh. Aber... Mario, komm. Er trag es wie ein Mann. Er trag es wie ein Klempner. Immer bekommt der Klempner die Frau. Es ist doch immer so in jedem guten Actionfilm. Bekommt der Klempner die Frau. Oh. Juhu. Ich hab's langsam drauf. Nee. Oh Gott. Aber diese Plattform war ein Arschloch. Aber... Es hat seine Arschlosigkeit... Von sich geworfen. Nur um mir zu helfen. So, jetzt müssen wir aber auch schnell sein. Es geht auch auf eine andere Art und Weise. Aber ich mach's jetzt einfach mal auf die Art und Weise. Denn dann schafft man's auch. 108, 12 left. Find ich sehr, sehr gut. Ja, das macht Spaß. Macht großen Spaß. Ja, ja, ja. Ich liebe es, wenn er das sagt. Nee. Gut. Reise auf dem Regenbogen immer noch. Wir machen alles, nur nicht das, was wir sollen. Keine Luft! 100 Münzen mach ich hier separat. Ich würd mich zu sehr aufregen, wenn ich jetzt denn das vergeigen würde. Deswegen mach ich die 100 Münzen hier in dem Level separat. Aber ich müsste eigentlich jetzt nochmal was erledigen. Fällt mir jetzt gerade mal so auf eine Sache, die ich jetzt mal schon so schnell nebenbei erledigen kann. Nebenbei ein paar Münzen abgreifen. Mich mein, warum nicht, ne? Einfach hoch und hoch und hoch und hoch. Hier, ganz wichtig für 100 Münzen Challenge. Man darf sich nur nicht so doof anstellen wie ich. Du mach mal bitte... Hallo, ihr Mann, ihr könnt noch einen Abschluss bereiten. Ja, genau. Dann müssen wir das schon mal nicht mehr später machen. Dann haben wir das jetzt nämlich erledigt. Ich wünschte, ich könnte das jetzt von hier aus abkürzen. Ich hab ehrlich gesagt kein Bock auf diesen langen... Ah, mein Ohr, warte mal. Ach, jetzt erstmal wieder Headset zurechtdrücken. So. Sitzt wieder groß auf meinem großen Schädel. Und... Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, das zu machen, was wir das letzte Mal vergeigt haben. Reise auf dem Regenbogen. Ich weiß gar nicht. War das jetzt das, wo ich zum Schiff sollte oder zum Schloss? Ich glaube, ich sollte zum Schloss. Bin mir jetzt aber unsicher. Oh. Regenbogen-Raserei. Es ist eigentlich ein schönes Level. Ich meine, im Himmel, überall Regenbogen. Ich find's von der Aufmachung her sehr schön. Nur vom Schwierigkeitsgrad her schwer. Na, 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 na. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Außer tanzen, denn das macht Spaß. Ach. Ach, nee, könnte ich... Ich könnte es riskieren. Aber ich tue es nicht. Aber hier 100 Münzen, ich... Äh, ja. Ich wüsste nicht genau, wie. Auf jeden Fall... Sollte man auch unbedingt Lakitu töten. Denn Lakitu kann ein ganz schönes Arschloch sein. Bitte, funktioniert. Ja, es funktioniert. So. Wieder ducken. Oder, nee, warte. Ich glaub, das muss so gemacht werden. Ja. Muss es. Oh Gott. Schön bei mir bleiben. Genau, jetzt ist das Ganze eigentlich, glaub ich, nur noch eine Butterfahrt. Na, 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 na. Und ich krabbel hier rum, denn es macht Spaß. Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Ja, das kann jetzt echt ein bisschen dauern. Echt ein bisschen. Nur ein bisschen. Blöder Kamin. Heiliger. Das lässt du schön bleiben, mein Freund. Ich sag's dir. Wenn du mir den Arsch versuchst, versuch ich dir deinen Kaminiken-Arsch. Oh mein Gott. Das ist viel zu schwer für uns. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Das ist viel zu schwierig für uns, aber wir schaffen das. Wir müssen uns konzentrieren. Wir sind Super Saiyajins, wir schaffen das. Ja, Super Saiyajin-Modus. Super Saiyajin-Modus-Schaffung. Super Saiyajin-Sprung-Schaffung. Ja, Schaffung. Ah, gut. Ich glaub, 100-Münzen-Challenge wird hier nicht mal so schwer. Ich guck einfach mal nebenbei noch mal rein. Ja, hier gibt's 146. Oh mein Gott, aber das wird jetzt ein bisschen assig. Haha. Ich guck jetzt einmal noch mal rein, so nebenbei. Tic-Tac-Trauma hat 128. Also... Es geht. Es gibt auf jeden Fall über 100. Nääh. Mein... Lieber... Freund... Der... Unterwasser-Level...